We don't get left behind on the road Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Heute lassen wir Santi schätzen Okay Dann schätz doch mal Wie viele Abonnenten hast du derzeit auf YouTube? Ich weiß es nicht, 40.000? Nein 45.700 Ui, ich bin mehr geworden, sehr schön Wie alt ist Michael Jackson geworden? Oh, der war nicht so alt, 36? Nee, der ist älter geworden, der war älter 50? 50 ist richtig 50, ne, ja, ja Wie viele Menschen waren bisher auf dem Mond? Och Gott, ihr habt die doch nicht mitgezählt Aber es waren schon einige Nee, weiß ich nicht 12 Naja Wie viele Liter Bier wurden 2019 in Deutschland verkauft? Tut mir leid, ich bin kein Biertrinker Die Antwort wäre 9,2 Milliarden Liter Entsetzlich Wie viele Autos wurden bis heute bei Alarm für Cobra 11 geschrottet? Ich glaube, da kommen einige zusammen, ne? Aber ich weiß nicht, sind es ein paar hundert oder sogar tausend? I don't know Der Stand vom 19.12.2018, haben wir herausbekommen, schon mehr als 7.000 Ei, oh, das war aber heftig, ja, ja Hätte ich jetzt nicht gedacht, das sind doch sehr, sehr viele Wie viele Staffeln hat ein Igel? 500 6.000 bis 8.000 Nein Du liebe Güte, oh Gott, hat er damit hier Wie viele Augen hat eine Libelle? Vier oder sechs 30.000 Einzelaugen Wat? Oh, die kann aber gut gucken, du Danke, Sandi Danke schön Ja, das war es wieder mal mit diesem tollen Video Hier ist das letzte Video Und hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren Dann also bis zum nächsten Mal Viel Spaß Tschüss Johann